Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich im Kreis Mettmann. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 20 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 480 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Bis zum nächsten Mal.